Jo Leute, herzlich willkommen zu Dota 2 mit mir und Nekrofoss. Los geht die Party. Ist ne Weile eher, dass ich aufgenommen hab, weil ich nach dem TI einfach gechillt hab und der Patch momentan eben auch nicht so spannend ist. Es wird wahrscheinlich in einigen Wochen Neues geben, neuer Held, hoffentlich auch ein paar Balanceänderungen, aber bis dahin müssen wir ausharren im erforschten TI-Meter. Ich dachte mir aber, ich lass mich nicht lumpen und schau zumindest noch mal zum Monatsende hier vorbei. An diesem Punkt auch noch mal vielen Dank für die ganze Unterstützung, fürs dabei gewesen sein. Beim TI. Das war ne große Freude, hoffentlich nicht nur mir, sondern auch euch. Und ich fand auch unsere speziellen Events dieses Mal echt sehr, sehr gelungen. Ich hab ein neues Mikrofon besorgt. Also ich hoffe, es klingt gut für euch. Könnt ihr gerne Feedback geben, falls dem nicht so ist. Oder falls ihr es eben auch schön findet, dann freut mich das ebenfalls zu lesen, falls es für euch gut klingt, für eure Ohren. Wir haben keine Frontline. Das fällt mir direkt auf, wenn ich unser Line-Up sehe. Wir haben nicht wirklich viel, was in irgendeiner Form vorne die Schotten dicht halten kann. Und der ist, der ist tot mit Body-Blocks. Und ja, der ist tot. Ey, liked übrigens gerne das Video, wenn ihr Lust habt. Nur als kleine Erinnerung. Würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen und wäre sehr nice von euch. Krass, dass der Rubik das probiert. Eigentlich totaler Quatsch, da hinzugehen. Er macht es trotzdem. Ich geh schon mal da oben lang. Also da unten, meine ich. An denen vorbei. Die haben sie leider auch gesammelt. Junge, das Line-Up hat mir schon Sorgen gemacht, ja. Aber da dachte ich mir, okay, vielleicht zerstört ja die Phantom Assassin einfach alles. 2-0. Also wenn mein Team so am Anfang rotiert, ja. Also dann passiert das so nicht. Sky ist halt auch ein Held, der super viel Movement-Speed hat am Anfang. Dass der dann trotzdem gescheckelt wurde da, ist einfach bitter gelaufen. Ist unbedingt seine Schuld einfach knapp gewesen, glaube ich, und bitter gelaufen. Ich spiele übrigens gerade wieder mal Gothic 1 auf Twitch. Es ist schon lange her, dass wir es gezockt haben. Und macht richtig Laune bisher. Wir sind noch relativ am Anfang vom Spiel. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Immer Montag ab 18 Uhr Gothic 1 gemeinsam zocken und aufs anstehende WeWork einstellen. Welches dann hoffentlich in ein paar Monaten richtig generdet wird. Ähm, ja. Nice. Genauso muss das laufen hier zum Auftakt. Ein Racer holen wir uns. Danach kommen wir schnelle Boots. Und ich will schon Radiance kaufen. Das ist zwar ziemlich bescheuert, weil ich hier auch tanken muss in dem Spiel ein bisschen vorne. Aber Radiance lässt halt Necro krank skalieren. Und so ein bisschen die, shit, heilige Exodia auf dem Helden. Das ist ein bisschen das Heart, Agger nimmst und Radiance. Das möchte ich sehr gerne schaffen. Aber kann gut sein, dass ich irgendwann was dazwischen schieben muss. Mal sehen. Gute Blood Grenade. Tatsächlich, ah ja. Kurz vergessen, dass er die Passive hat. Welch Level 2? Wären wir beide Level 2, wäre es natürlich ein Kill gewesen. Sein blödes Cluster-Cluck hat ihn gerettet. Ich krieg zumindest, jetzt Mist, paar Last Hits, aber er hat diese Passive geskillt. Also er hat die Facette, dass er HP kriegt, wenn er Last Huttet. Die ist mal genervt worden. Ist jetzt nicht mehr sehr viel HP, egal wie viel du farmst. Aber ein bisschen, das macht es schon noch. Den Banner Queep schnell für uns beide hier sichern. Können wir ignorieren. Ja, also Wand wollen wir auf jeden Fall mit einem Nekro noch. Ich queue jetzt mal Todesmutig Radiance danach. Mal sehen, ob wir damit durchkommen. Das ist auch kein Spiel, wo man eine Pipe kaufen muss, tatsächlich. Sonst hätte ich das vielleicht noch machen sollen. Jetzt zumindest in Erwägung gezogen. Ich wusste, er will mich da schäkeln, aber der Last Huttet ist viel zu weit weg. Hat er verkackt. Dachte, er kann mich nochmal schäkeln. Aber Sky war wach und hat genau aufs gleiche gelauert wie ich. Ich wusste, wenn ich da meinen Death Pulse davor rauskriege, wird er genutzt. Schön. Auch eine recht starke Lane. Skyrass und Nekrofoss zusammen ist ziemlich stark, würde ich sagen. Nein! Nein! Ah doch, hab ich bekommen. Kam nur irgendwie verzögert an, das Gold. Geil, der hat Redge dafür gemacht. Verständlich, aber ist mehr wert als mein Spell. Hier ist Cooldown. Jetzt überlebt er leider, er hat er noch Magic Stick. So. Ich will den Leister ja nicht töten. Ich will nur dem Shaman seine Spells rausspaten, weil ich wusste, er ist erlenkt unter dem Tower. Schäkelt er mich jetzt mal lieber? Aber ist ja noch der Range Creek gewesen. Und ich hab halt super viel Sustain sowieso. Oh, du Sau. Ich hoffe, die Blume hatte der Sky genommen. Ich hab nicht an die erste gedacht. Wie nie. Nein. Wie unbefriedigend. Ich hab den Dicken nicht bekommen. Lass mir das. Wie hab ich den nicht gekriegt, ey. Es ist halt ein sehr starker Start, Leute. Also. Wer bin ich da? Keine Radiance holen. Er hat auch die, hat auch, er hat auch die Blume bekommen. Der Sky. Macht Sinn mit Nekro zuerst den Talisman zu nehmen? Wahrscheinlich nicht, weil man auch Shroud hat. Obwohl ich es ja jetzt erstmal nicht skille. Wegen dem Cutter ziehe ich die jetzt hier rüber. Okay. Schönen Tower-Schaden machen. Ich glaube, das macht jetzt nicht Sinn, die sofort zu killen. Mit Curse. Ich ziehe die lieber zu den Creeps. Oder wollte er pullen da? Kann er auch so. Ah, er geht zu XP. Hätte er ruhig pullen können, kurz für mich. Das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Komm, Range Creep. Ne. Schade. Ich könnte sogar schon mal den Kurier rüber schicken, aber vielleicht ein bisschen zu ambitioniert. Ah, Mann, ey, wieso kriege ich die? Ich wollte gerade was anderes noch zeitgleich machen, aber ich bin ein bisschen übertrieben. Aber, dass ich diese Banner Creeps immer von dem... Der eine Creep, den ich nicht kriege, ist immer der scheiß Banner Creep, Mann. I've size Skyras. Zeit, hier zu pushen. Wage is used, now and fast. Ah, ich dachte, den kriegen wir da. Scheinbar nicht. Schade. War, glaube ich, super, super knapp. Oh, das Kurier-Micro. Ich glaube, der hat noch geliefert, leider. Der hat auch 20 One-Charges. 4-3. Wir haben halt echt so ein komisches Line-Up, finde ich, ein bisschen, aber naja. Egal. Die PA muss es theoretisch sehr krass carrieren. So mein Gefühl. Aber ich kann vorne niemals alles tanken. Ich werde es versuchen, Frontline zu nehmen. Mit Utility vor allen Dingen, mit Shard vielleicht. Und so was. Das Geil ist auch, wenn ich Sacred Relic habe, kann ich schon mal ganz gut harassen. Das wird ein sehr, sehr schnelles Sacred Relic. Jetzt kommt der Gank-Versuch. Shaman has 20 Charges on want. Ich bait mal ein bisschen. Kriegen wir wenigstens den. Also, da ist nix. Irgendwie dachte ich, wir kriegen den Tower ein bisschen niedriger in der Zeit hier. Wir haben auch den Mitte-Tower halt schon verloren und so. Nice, wie geil. Ja, wahrscheinlich Broach, ne? Ich kann mir vorstellen, dass Shovel gut ist, aber Shovel ist arsch anstrengend. Seeds sind bestimmt auch nicht schlecht. Ich nehm Broach. Movement Speed of Necro. Ich fühle auch die Travels in dem Spiel. Zumindest irgendwann. Ist ja so der Punkt, man sollte jetzt wahrscheinlich einmal Ghost-Shot skillen. Einfach zur Sicherheit, weil man es sonst bereut. So, jetzt endlich wieder Cutter Wave. Mein Ziel ist, den Tower zu nehmen als nächstes und dann im Optimalfall direkt danach mit Zeiss Kill zu machen auf irgendwas. Aber es wird noch ein bisschen Dauer, ein bisschen top. Nein, nicht vorfahren. Ich tank das jetzt nicht. Kein Bock. Wie er nicht gegen Sacred Relic caressen kann, der Lifestealer. Ja, schon lustig. Gehen wir nochmal runter. Bevor ich den Tower habe, kann ich jetzt nicht total reindive und ich hätte mega Bock. Aber ihr seht schon, da kommt dann auch irgendwann Hilfe. I have size again. Und fuck. Nicht gut. Oh, der Brunnen, ey. Puh. Ich bin nicht weitergelaufen. Oh, da sind wirklich alle gekommen, Mann. Krass. Boah. Ziemlich high level so von den Movements, habe ich das Gefühl. Jetzt wäre der Rubik da. Ich gehe es mal nicht ein. Aber ich habe natürlich damit geliebäugelt, da noch zu kämpfen. Wäre ich jetzt richtig gelaufen sozusagen? Hätte ich da farmen können? Aber man sieht, der Shaman hat mich wahrscheinlich abgefangen. Weil so die richtige Entscheidung ist, nichts zu tun. Schade, es hat mir ein bisschen den Farmspeed genommen. Wir haben den Kill gekriegt auf der Y-Bahn, aber. Es ist sehr uneffizient, dass wir jetzt hier zusammen sind. Aber egal. Weil ich halt das Radiance will, sonst würde ich ihn auch lassen. Das hat ziemlich viel Cooldown. Aber die sind gerade Mitte aktiv, die Gegner. Radiance fertig, ey. Immer noch krankes Timing. Alter, super sinnlos vom Rubik hier überhaupt zu sein. Das hätte ich auch alleine gemacht, alles. Glaube ich. Immerhin ging es jetzt schneller. Und naja, obwohl. Vielleicht hätten sie es verhindert mit dem Spiritbreaker und allem. Knife ult. Das war ein guter Jump. Vielleicht geht da was. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe Radiance. War auch eher defensiv gemeint vielleicht. Das Ding ist, wenn die Assassin da rankommt, kriegen wir vielleicht noch was. Schade. Kannst du die Aura-Region-Stex sammeln? Sie verfolgt immer noch den SPD, die hätte einfach die Wave farmen sollen. Aber nein, sage ich nicht zu dieser Entscheidung, dass sie oben weiter jagt als Hard-Carry. Ganz okay für mich. Ganz okay für mich. Ich gehe schade. Überlege, ob ich Travels kaufe. Könnte ich tatsächlich auch machen. Ich kümmere beides. Travels ist Maximum-Greed. Nehmen wir die Reichweite. Aber ich habe schon Bock drauf. Da ist noch kein. Unten ist so viel Farm. Dachte halt, ich laufe der da rein, der Kollegin. Ich bin ja echt tot, ne? Ich glaube, ich bin tot. Wow. Ist es ein... Ah, okay, es ist eine Mirana. Ich habe vergessen, dass Mirana ja gerade Meta ist. Also Ultra-Meta ist. So einer der großen Carries. Habe ich auch nicht gedacht, dass ich da sterbe. Wie viel Schaden hat die mir jetzt gemacht? Gar nicht so viel. Na doch, doch. Doch. Doch, ganz, ganz viel. Und natürlich die Ulti. Ja, die haben so starken Pick-Off mit Charge und Dings. Da habe ich mich zu sicher gefühlt. Ich bin ja auch squishy unterwegs. Das Gute ist, mein Streak wächst damit nicht allzu hoch. Und wir sind allgemein ein bisschen hinten. Das heißt, so viel Gold habe ich nicht reingefiedert. Alles Absicht. Jetzt kann ich wieder acht Kills sammeln. Eher vier, bevor ich wieder sterben muss. Ist gemein, weil die PA da gerade hin wollte von mir. Ziemlicher Arschloch-Move. Ich hätte woanders hingehen sollen. Gerade mit Zeiss. Irgendwie nicht gedacht, dass sie das machen da. Ja, aber selbst, wer hätte ich da gekämpft? Wer weiß, ob das gut gegangen wäre. Selbst runtergehen ist jetzt hart. Ich brauche unbedingt Travels. Tatsächlich habe ich sie zu spät. Ich mache das jetzt, aber ich werde dann durch die Wälder fliehen müssen. Falls die hierher kommen. Wenn ich Glück habe, verschwenden die jetzt Zeit auf der Jagd nach mir. Wenn ich Pech habe, nicht. Klauen wir dem Nive-Stealer hier die Dinger. Ich weiß, ich habe kein TP. Eigentlich macht man sowas nur mit TP. Und wenn sie ihr Vision haben, ne. Aber sollen sie zu spät auf mich rauf. Ich leere den Wald vom Lifestealer. Und ja, im Optimalfall kriege ich sie gekauft mit dem letzten Camp. Kurier kann ich hasten. Boah. Philly-Stone. Angriff-Charge ist doch egal. Probieren wir mal den neuen Philly-Stone, wo man Charges sammeln muss. Habe ich noch nie gemacht. Deshalb will ich es mal testen. Ist natürlich eigentlich nicht mein Item als Core. Hier, das sinkt. Und wenn das vorbei ist hier, die 7 Monate, dann kriege ich einmal viel Kohle oder so. I take it. Jetzt habe ich gleich Travels. Leider verpasse ich hier die Wave. Die braucht noch ein bisschen. Also laufe ich lieber zurück einfach. Hat geklappt im Endeffekt. Ist auch nichts passiert in der Zeit so wirklich. In der normalen Spielsituation würde ich mehr kämpfen. Aber wir haben ja gesehen, wie das funktioniert hat. Obwohl, naja. Also so einen großen Teamfight, ne. Gerade jetzt, wenn wir Level 2 Ulti haben. Da würde ich auf jeden Fall dabei sein. Das Geile ist, jetzt habe ich halt auch mega viel Movement Speed. Fast ein bisschen Bock auf Dagen. Meint ihr, ich renne hier in eine Rotation rein? Wenn ich ganz unschuldig mal bei der Bounty vorbeischau? Sieht gut aus. Top-Lane ist lecker. Die PA ist auch nicht da. Die will eh erstmal Fury Farmen. Also, dass wir langsam spielen, ist okay. Und um die Map zu splitten. Und Space zu machen. Sind Travels Radiance tatsächlich richtig perfekt gerade für mich. Solange ich nicht oft erwischt werde. Das ist top. Letzte Zeit war unspektakulär. Aber richtig gut für mich im Game. Und ich glaube auch für die PA halbwegs. Nach dem Camp habe ich wieder TP. Perfekt wäre jetzt irgendeine Wave zu finden. Ich glaube, dass ich die nehmen muss. Bisschen Risky vielleicht. Zumindest schnell zwei Creeps. Und dann können wir nämlich hier wieder den Weg lang latschen. Ohne allzuviel von der Map zu nehmen. Kann die PA ja trotzdem farmen. Der SP Shadow Blade, ja. I don't like this. Nice, good job. We just evade, let PA farmen, I guess, until she's ready. Immerhin einer rauskommen, auch wenn die Mitte gestorben ist. Es geht's hart. Shiva ist hart, Aghanims. Wenn sie Dive, Tier 2, wenn sie Attack, Tier 2, wir können versuchen, zu defend, wenn wir wollen. Ah, die ist hochgelevelt. Ich farme da mal nicht, ich farme hier den weit, also nicht oben bei mir in der Base, sondern hier schnell. Ich klau das noch, der Mirana. Ich glaub, die geht da jetzt genau lang und farmt da. Okay, Mitte ist einer. Guck gleich der Arrow. Oder auch nicht. Gleich den Reaver schon. Farms wird es gut. Oh, die Mitte ist Whisky, Leute. Uh. Einfach mal Shard nicht benutzen, zur Sicherheit. Wegen dem Shadow, äh, wegen dem Spirit Breaker ist Whisky. Ah, ist oben. Da ist was. Illusionizing. Firm the way, if you want. You can farm it. Die werden bald wieder ganken, aber ich mein, solange die PA nicht auf die BKB farmt und nicht kämpft, was okay ist, ne. Geht halt nix. Ist zu langsam fürs aktuelle Meter eigentlich, aber solange wir das Spiel so hinkriegen, mit unserem ganzen Aufteilen, ewig nicht mehr gestorben. Careful. Nicht gut, dass die da erwischt wird. Geil. Der war voll allein. Ich dachte, die springen jetzt zu fünft auf die. Der hatte maximal einen dabei. Richtig, richtig gut für uns. Wir werden gleich wieder woanders hin tippen. Hier ist gar kein Objective, ich hol nur die Wave. Ich trau mich nicht top. Irgendwie Angst. Wohl mit der eigentlich nicht viel ungefährlicher ist. Ah. Ah, ich hatte irgendwie ein Gefühl. Ich weiß auch nicht. Die Glabe-Nemirana, der will ich jetzt nicht unbedingt begegnen. Ist mega stark. Kann auch sein, dass du wieder das Late einfach verlieren, ne. Aber nicht, dass jetzt eine Mirana schwächer wäre Late-Game als eine PA momentan unbedingt, gerade wenn sie einen KB hat. Aber mal sehen. Mögen die Crits mit uns sein. Ich habe gerade Ulti-Coolhauen. Ich hoffe, die kriegen den ohne mich. Nice. Können sie gleich die Mitte noch holen? Alter, ich habe gleich Hard. Das ist eine schwierige Entscheidung. Gehe ich Mitte und helfe beim Push. Ich will eine Fawcett, äh, der Tier 1. Quickly. Bisschen risky, aber... Ob es geht. Ah, Sentry, ich wollte gerade rein. Ey, ich kriege die Dinger nicht tot. Okay. War zu schlecht, scheinbar. Der Rubik stand aber auch unsagbar scheiße. Just stay behind with Stagger Rubik, please. Thank you. Ja. Zu stark, die Mirana. War dumm. Ich hätte es nicht forsten sollen. Ich dachte, wir kriegen den schnell. Vielleicht. Auf jeden Fall dachte ich nicht, dass wir dafür alle sterben. Ohne die Wyvern. Unglaublich. Aber der Rubik ist explodiert. Es ist Mitte-Rubik und steht da vorne. Dass sie den da erwischen, geht halt gar nicht. Und dann, ja. Die Wards waren so mies gegen mich irgendwie. Ich bräuchte dagegen dann Forstaff, aber... Ja, ich hätte wahrscheinlich nicht Schad machen sollen bei der Wave. Das war nicht gut. Hatte ich am Ende wieder Schad? Ich glaube nicht, ne? Das müsste auf Cooldown noch gewesen sein. Ich hoffe. Sonst habe ich mich nämlich vertan. Hätte ich dann noch Schad benutzen können, dann hätten wir auf jeden Fall nicht so viel verloren. Ich hatte halt auch Scythe Cooldown. Ich dachte, wie gesagt, echt nicht, dass wir so schnell unsere Mitte verlieren. Schade, weil wir haben es sehr, sehr gut gespielt, auch wenn nicht viel passiert ist. Aber der Call geht auf meine Köppe. My bad, guys. Bad Call. My vision. My vision. My vision. My vision. My vision. Nein, der Cooldown grad noch. Auf dem D. Nein! Oh, hat er mich mal gekookiet. Oh, immerhin. Ah, die hat Zatenik, ey, krass. Trotzdem tot. Hamer, der hat so zu viel gewollt, die Travels. Die hat zwar ein T3 bekommen, was gut für sie ist, für die Gegner. Aber der Kill ist eben auch sehr wertvoll für uns. Hammer, Hammer. Erstmal der PA rein. Ich bewach die noch kurz für die Waffe. Auch wenn der Spiritbreaker grad sichtbar ist. Ja, aber still, we can't push. We can push with five if you want. Forty seconds. Ah. Ah, bitte. Ja, hätte ich ein Dust gehabt. Vielleicht mit dem Rubik, der gekommen ist. Aber, ey, für eine erste Aufnahme seit Ewigkeiten bin ich bisher mit der Performance zufrieden. Äh, übrigens... Renationsreduzierung. Hm. Ghostwatch ist auch nice. Die haben halt Wyvern und Zatenik. Hm. Kann ich nicht einschätzen. Ne, warte mal, das ist empfohlen. I can't join you. Travels got broken. War ich fast ganz froh drum, ehrlich gesagt. Selber überlegt, ob ich's abbreche. Ich will die XP ohneholen noch, aber schnell Aga beenden. Oh, nein! Ich hab mich so gefreut. Es ist auf der Minimap für mich so aus, als würden wir rauskommen. Ach, Mann, ey. Och. Wie denn? Die sind bestimmt noch mal umgedreht. Müssen vor allen Dingen gefeit gegen Auto-Attacks sein. Boah. Puh, keine Ahnung. Rüstung, Magieresistenz, das ist auch okay. Das find ich nicht so gut. Dieser Zurückschläger ist nicht so wichtig. Ah. Vielleicht eher AP als Rüstung, aber ich hab ziemlich wenig Rüstung. Hm. Nehmen wir das. Das ist auch einfach geil mit dem, was wir haben zusammen. Wegen dem Schaden im Aue. Natürlich sehr cool. So, in der Theorie sind wir jetzt ziemlich stark. Das Problem ist, wir haben grad einen riesen Kampf verloren. Einfach mal so, ja, geschenkt. Bedeutet übersetzt, jetzt, ähm, tja, wird's trotzdem sehr schwer. Also, wenn ich lang in dem Kampf überlebe, mach ich sehr, sehr viel Schaden durch Hart plus Aga nimm's. Sehr, sehr viel. Aber es ist halt Schaden über Zeit. Ähm, und ja, BKB wär's jetzt auf jeden Fall, um relativ sicher in den Kämpfen lang zu stehen. Ich darf jetzt nicht gegankt werden irgendwo, blöd. Ich hab keinen Buyback. Ich bin ziemlich stark im Teamfight. Die können auch ohne mich den Teamfight nicht gewinnen, denke ich. Mit mir vielleicht, auch wenn wir noch keinen Desolator auf der PA haben. Ach, es wird schwer. Es wird schwer gegen die Mirana mit Aegis. Sie ist nicht mal ihre Safe-Lane, aber die ist... Wenigstens keine Windranger. Die find ich noch einen Tick stärker in Pubs. Hm. Hm, hm, hm. Verlockung ist groß, kurz die mittlere Wave zu nehmen. Ich kann nicht, wenn die Gegner sich nicht zeigen. Okay, Shaman zeigt sich. Ah, ich wusste es. Ja. Machen wir nicht. Ich kann nicht mal wirklich farmen. Ist echt bitter. Wegen dem Spirit Breaker. Der chargt mich halt sofort, wenn er mich irgendwo sieht. Aber ich werde jetzt auch keine Linkens kaufen. Ich könnte sogar Linkens kaufen in dem Spiel. Ist gar nicht schlecht hier tatsächlich. Weiß nicht, ob es besser als eine BKB ist wegen dem Shaman. Ich kann mit der BKB wirklich einfach rein. Und mich dann noch bewegen. Sonst kann ich mich wahrscheinlich ewig nicht bewegen. Aber für so Split-Push wäre Linkens super. Weil er mich da nicht chargen kann. What of Aethis. Geht für Legdream. Ich hätte mir Hex gewünscht auf dem. Greaves. Peri kauft Standard-Items. Was okay ist hier. Wir wollen unseren Tormenter machen. Was wahrscheinlich klappen wird. Muss man auch mal ehrlich sein. Oh, das ist ein Kurier. Schade. Schade für die Wyvern. Kurzer Blick, glaube ich, ist er da Ulti. Ich glaube, das hätten wir bekommen des Aegis. Wahrscheinlich hätte ich es machen sollen. Das war, glaube ich, gerade ein Charge. Kann sein, dass ich Buyback brauche. Sobald ich so. Schade, dass mein geiles Agardimstiming nichts bringt. Weil wir nicht kämpfen können. Aber das ist halt business late solide. Schauen wir einfach mal. Wir springen da rein. Drücken unsere Knäufe. Und hoffen aufs Beste. Das ist der Plan. Im großen Teamfight. Ich muss ein bisschen ein richtiges Timing finden. Bevor ich BKB hab. Ich darf nicht zuerst rein. Nicht so richtig zumindest. Ich muss aber gleichzeitig schon vorne. Space machen. Außer der Shaman stirbt irgendwie. Wahrscheinlich sollte ich ein Dust tragen aktuell. Wir haben noch Buyback. Da will mich der Shaman unbedingt disablen. Oh, das war falsch. Verschaut Kill. Na, da verlieren wir auch Base. Ja, guter Shackle. Okay. Sind sehr tief rein. Die haben sie dann noch hart geohnt. Indem ich Dashika gegen Mirana Leap benutzt habe. Aber der Schaden ist halt getan gegen Shaman. Ja. Versuchen Buybacks zu bekommen von denen. Ich kaufe jetzt noch nicht, weil ich vielleicht Buyback dann brauche. The Travels. Na ja. Can you join us, Sky? If possible. We have to get Buyback or something at least. Ich kann nicht hin. Ich kann nicht hin. Nur einer, nur der Shaman. Ich will noch den anderen, aber ich werde den nicht kriegen. Ah, da sind alle. Doch, die lassen den sterben. Oder war da nicht noch mehr? Vielleicht auch nicht. Oder ist er irgendwie noch weggekommen? Hm, I don't know. Jetzt ist es schwer irgendwie. Ich sehe, ob ich spawnen. Ich sehe, ob ich zu kurz von denen. Weil man das Item-Bild so hat, ne? Ist schon einfach richtig geil. So, mir fehlen 600 für Rückkauf. Irgendwie keine Actives, ne? Ist auch mal angenehm. Voll geil. So, er hat die Rune genommen. Hm. Tja. Ah, nee, wir haben noch zwei Lanes. Stimmt. Da oben steht ja noch die Melee-Rex. Nur der Tower ist vorhin down gegangen. Ja, ich hoffe einfach auf Late-Game-PA. Sie hat noch keinen Desolator-Charge. Es ist halt nicht so der Core, ne? Lifestealer auch nicht unbedingt momentan, würde ich sagen. Aber die haben eine Mirana. Keine Ahnung. Ich glaube, wir können es noch gewinnen, aber... Er wird super schwer. Das soll irgendwie schaffen, dass die PA in dem Kampf alles zermöbelt, aber... Die springen die auch an. Die hat Glass Cannon-Build mit dem Neutral. Und für die Spielphase und vor allem für den Damage, den Mirana mit dem Item-Build macht, kann ich nicht gegeneilen mit Death-Pulse und so. Keine Chance. Die killt mich auch in zwei Sekunden, wenn ich nicht gerade Ghost-Shot anhabe. Der geht Aga, nimmst Shit. Der kauft genau das richtige Item-Build auf dem Lifestealer. Radiance, Q-Rest, Aga nimmst. Das Engineer-Shot ist richtig gut. Ich habe praktisch Buy-Back. Und wäre ein BKB im Kampf. Mein Verdacht ist leider, es wird nicht reichen. Obwohl wir echt gut aufgeräumt haben schon in Team-Fights. Das ist mein Verdacht, es wird nicht reichen. Den Weg hätte ich auch laufen können, aber es gibt wenig zu tun. Witch-Blade-Wivern, Mann. Mit Glimmer-Support. Ich habe mir da zum Glück keinen Dagger. Also ich denke, mein nächstes Item müsste Lincoln sein. In dem Spiel. Oder Wind-Waker tatsächlich. Wind-Waker ist wahrscheinlich auch ziemlich gut hier. Eins von beidem. Aber davor wird auch noch ein großer Kampf kommen. Die warten gerade auf Frosch. I don't know. You might be right, but it's very boring. So we can smoke anyways, if you want. Da sehe ich schon mal nicht das Allergeilste. Noch mehr Damage, Maui. Das ist ein kleines Jules. Nee, doch nicht. Ist nicht mehr. Komm, wollen wir machen? Ist eigentlich Quatsch. Eigentlich sollte man hier Twixter nehmen. Ja, ich nehme Twixter. Es wäre lustig gewesen, aber... Guys, wollen wir nur smoke out? Maybe we lose then, but... Machen wir den smoke? Wir haben den smoke. Der smoke war ein bisschen seltsam. Mitte muss eigentlich auch noch verteidigt werden. Und die PA ist nicht da. Sie könnte da hinkommen. Naja. Das ist not happening. Schade. Schade auf Necro ist auch so geil einfach. Also es ist so eine coole Fähigkeit. Ist auch sehr stark. Ist eines der stärksten Schades, würde ich sagen. Aber ist eben auch spaßig. Fühlt sich gut an. Gibt ein bisschen Utility. Eigentlich bin ich immer so ein fauler Sack. Und mag Actives nicht zusätzliche durch Schades. Aber in dem Fall geht es klar, meiner Meinung nach. Der hat ja eh nicht so viele mit klassischen Item-Builds der Held. So viele Actives. Ich glaube, es ist Linkens, weil SB einfach zu stark. Sonst ist es gegen mich. Als nächstes. Ist halt doof, weil die setzen dann E-Wards. Wir verlieren die nächste Lane. Selbst wenn wir ein paar töten und so. Aber ich krieg's auch nicht hin, hier die ganz krassen Angriffe zu mobilisieren. Und das liegt viel an der PA. Die PA spielt halt ultra, ultra, ultra geduldig. Und defensiv. Und sie ist unser Hard-Cabry. Es ist auch ein Held, zu dem der Spielstil passt. Wenn man hinten liegt. Wer bin ich, das zu hinterfragen? Einmal habe ich gesagt, lass angreifen. Das hat nicht geklappt. Also, ich bin hier ganz leise. Nullify auf der Mirana leider. Hatte Angst vor. Habe ich vorhin gecheckt. Da gab's noch keinen. Oh geil, mehr Schal mit Hardstopper-Aura. Und Prozentual. Jetzt sind wir noch krankere DPS-Maschinen. Ich könnte ein Hard kaufen noch. Ich glaube, durch meine geringe Rüstung zerstört mich die einfach die Mirana. Schivas wäre auch sehr gut noch, weil ich dann eben Rüstung bekomme. Ähm... Vielleicht ist es sogar Schivas. Ich glaube, es ist sogar eher Schivas. Wir haben keine, ne? Ne, wir brauchen eine Schivas im Lead. Ich werde den Bracer austauschen mit einer Plate-Mail. Kein Schad nutzen hier. Angst. Ah, scheiße. Ich bin tot. Naja, kann auch mal passieren. Ich habe zumindest nicht die BKB benutzt. Das hat schon einiges an Disziplin gekostet, weil ich gemerkt habe, dass sie da sind. Äh, als ich eingekauft habe. Ich habe noch gehofft, sie laufen irgendwie an mir vorbei, ey. Aber BKB nicht benutzen wegen Spirit Breaker, ne? Sonst hast du die jetzt mit dem Buyback nicht, dann bist du komplett am Arsch. I have Buyback, guys. You have to... You have to go in. Ey, es ist niemand da, man. Vor, Leute. Vor, scheiße. Äh, es ist einfach unglaublich. Auch die PR hat es nicht mehr geschafft, hinterher zu springen. Ich meine, klar, wir kriegen die Kills durch den Dive. Aber es war natürlich auch blöd. Durch das Buyback hätten wir sich vielleicht noch überraschen können. Keine Ahnung. Mhm. Wir haben noch eine Lane. Wir haben ein bisschen gefarmt in der Zeit, also die PA. Mein Buyback war natürlich viel wert. Ich wusste vor allem, dass die da sind. Ich wusste aber auch, ich kann jetzt nicht einfach zurückgehen, weil ich schon erwischt wurde. Ich hatte schon davor verkackt, sozusagen. Stimmt, dann habe ich versucht, Death Pulse zu machen, auf die Wyvern. Wurde aber in der Sekunde gehackst. Das war aber später, da habe ich schon gepanickt gehabt. Tormenta. Ich darf nicht sterben, aber noch lebt der SP nicht. Ja, I'm coming. Wir haben zumindest gleich die Sheevers. Theoretisch können wir sogar gegen Mega Creeps halten, mit dem Line-Up. Oh, du, ey. Jetzt muss ich TP'n. Ist nicht schlimm. Ich glaube, wir hätten eh nicht angerufen. Wir sind ja alle am Leben. Von den Gegnern. Ich glaube, es ist besser als Linkens, weil es jetzt so viel Single-Target-Kram gibt sowieso. Und, ja, wir brauchen wenigstens irgendwas gegen diese Auto-Attack-Armeda. Jetzt der Lifestealer mit dem Item mit macht super viel Auto-Attack-Damage. Die Mirana sowieso, die hat Daedalus-MKB. Also, die vernichtet komplett alles. Eigentlich müsste die PA dagegen halten. Und ich gegen den Lifestealer, aber also die Rollen so ein bisschen verdreht, was die Power angeht. Die PA hat halt nicht so viel. Schade. Ich dachte, auch hier passiert irgendwie was, aber ich glaube, wir haben es auch einfach nicht. Wir haben einfach im Line-Up wenig Lockdown. Wir bräuchten irgendwie einen ja, wir bräuchten einen Rubik, der sie da zurückhält, dass sie nicht wegrennen können, den Gegner. Anders geht es nicht. Wenn ich da nicht BKB mache, bin ich sofort tot. Und der Angriff war sau Chaos, fand ich. Muss ich echt sagen. Auch schon, ne? Es sind nur so Details, aber das Buyback, damit sollte er eigentlich warten, bis die ein bisschen hochgehen und dann vielleicht zu tief diven, weil Raxfällen wahrscheinlich eh verlieren jetzt. Durch die Wards. Es kommt nichts rum, das ist ein bisschen da über nichts. Na, jetzt springt sie auf den Aegisträger. Naja, wenn es zu schwach. Schade. Die Stunts, ey. Naiv anzunehmen, da nochmal rauszukommen, wenn man sich einmal nicht bewegen kann. Aber es ist auch, es war auch ein schweres Spiel, Leute. Also, ich habe das Gefühl, egal, wir haben es am Ende auch verkackt, ne? Also, ich. Aber es ist nichts passiert, gefühlt in den Teamfels. Einfach nichts passiert. Eieieiei. Eventuell nur, mein Eindruck, auch deutlich besser von den Gegnern gespielt als von uns. Bessere Movements und alles. Wir haben derweil durchgehalten. Und ich hätte wahrscheinlich noch viel länger Splitpushen müssen, nicht einmal kämpfen dürfen. Aber irgendwann, ey, ist auch langweilig. Es ist fuck, Mann. Und ja, die machen natürlich Schaden gegen Gebäude. Die stellen ihre Wards dahin. Und selbst wenn du dann ein paar Kills machst, ist egal. Wir konnten selber irgendwie nicht mehr pushen. Furchtbare PA, meiner Meinung nach, vom Spielstil, ganz unangenehm, mit dir zu spielen. Als würde sie nicht zum Gewinn spielen, sondern um nicht zu verlieren möglichst lang und Farmspaß zu besitzen. Aber auch Niederlagen gehören dazu. Ich nehme ja auch definitiv Gameplays in beide Richtungen auf und auch welche, wo ich Fehler mache oder nicht alles in die richtige Richtung geht. Die ganz krassen Storms versuche ich abzuhalten, aber ansonsten mache ich das. Für den YouTube-Algorithmus ist es eigentlich besser, es nicht zu tun. Für den YouTube-Algorithmus müsste ich nur Siege hochladen, damit Leute mehr liken, weil dann liken sie mehr und mehr zuschauen und alles. Das mag der Algorithmus. Aber ich finde irgendwie, wenn du ganz viele Gameplays von Dota aufnimmst und auf YouTube hochlädst und alle sind Siege oder 99 Prozent, deshalb, es sind eh schon mehr Siege als Niederlagen, natürlich, weil meistens Siege bessere Spiele sind bei Aufnahmen, aber eben nicht immer. Die Mirana hat echt gut geowned und so wisst ihr beim Anklicken eben auch nicht immer, hey, wird es jetzt das perfekte Spiel für Henry. Es war stellenweise schon gut, also ich hatte schon ein gutes Game, aber ich konnte es nicht umsetzen, weil Necrophos ist eben ein Held, der davon abhängig ist, dass der Teamfight irgendwann kippt und in die eigene Richtung läuft und dann geht die HP immer weiter runter, der Gegner, sie können nicht mehr dagegen stabilisieren, rennen weg und hier haben wir gefühlt gegen alles alleine gekämpft. Ich will mal sehen, die PA hatte den Eindruck, der hat kein Damage gemacht, der hat sie auch nicht, der hat 19.000 Schaden gemacht, aber mein Eindruck bestätigt sich hier tatsächlich sehr, auch der Rubik hat gar keinen Schaden gemacht, zwar ja Mitte Rubik, jetzt sind das zwar Single-Target-Damage-Dealer und Magic-DPS-Typen und geben auch Utility, vor allem der Rubik, aber das ist viel zu wenig, also ich weiß jetzt, warum sich die Kämpfe komisch angefühlt haben, es ist normal, dass ich den meisten mache mit so einem Item-Bild, weil ich meinen Schaden sehr verteile, aber 50.000 zu 12.000 und 19.000 ist absolut nicht normal, sondern das Spiel war nur zu gewinnen, wenn man nochmal viel, viel, viel krasser carriert, als ich sie getan habe. Fast unmögliche Runde wahrscheinlich. Wir hätten am Ende nicht einmal feeden dürfen, hätten wir unser Buyback noch gehabt, aber dann wären sie auch so nicht High-Ground gegangen, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich glaube, dann wären halt noch weitere drei Minuten ins Land gestrichen, irgendwann wären sie hochgelaufen, das Gleiche wäre auch so passiert, wir hätten wieder Gebäude eingerissen, I don't know. Und ja. Schade, sehr, sehr schade, weil das Spiel hätte auch spaßiger sein können, finde ich, so allgemein, aber die war, ach du Kacke, ja Leute, ich habe jetzt lange nicht gespielt, vielleicht gab es so eine Art Decay, das gibt es auch im Hidden MMA in Unranked, also vielleicht gab es so einen Effekt, dass die Ränge niedriger sind, weil das war wirklich, jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich es aber auch, also kein Vorwurf an sie, aber das geht halt nicht, die Mirana war wahrscheinlich das Äquivalent zu mir im anderen Team, würde ich jetzt tippen von der Performance, keine Ahnung, die war bestimmt Immortal Plus irgendwie, auf jeden Fall hat sie so gespielt, fand ich, von dem, was ich gesehen habe, und ja, schön, dass wir mal wieder uns gemeinsam eine Runde Dota gegönnt haben, dass es so lang ging, ich hoffe, ihr habt die Partie genossen, trotz allem, und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, auch wenn jetzt gerade der Content nicht allzu krass ist und nicht allzu regelmäßig ist, mal sehen, was der neue Held dann bringt, bis die Tage und macht's gut. und macht's gut.